In diesem Video zeige ich Ihnen eine Übung, mit der Sie sich sensibilisieren für Ihre Wirkung in der Außenwelt und zugleich Ihre innere Ruhe pflegen. Der Ablauf dieser Übung besteht aus der Kombination von zwei Varianten des E, des großen E und des Erfurts E, des kleinen E. Das große E ist ein Ausdehnen der Arme nach rechts und links, wobei Sie sich das so vorstellen oder fühlen, als wäre der rechte Arm an der linken Schulter angebunden und der linke Arm an der rechten Schulter, sodass, wenn Sie sich immer weiter ausdehnen, in Ihrer Mitte zentriert werden. Beim kleinen E führen wir die Arme vor dem Herzen zusammen. Wir durchstrahlen Sie vom Herzen aus, bis wir eine lichtvolle Verbindung zum Raum über uns und um uns herum bekommen. Kombinieren wir jetzt diese beiden Gebärden, das große E und das kleine E. Führen Sie als erstes das große E aus. Gehen Sie immer weiter nach rechts und links hinaus. Spüren Sie, wie der rechte Arm die linke Schulter heranzieht und den ganzen linken Körper der rechten Arm, die andere Schulter und wie Sie dadurch immer mehr zentriert werden. Jetzt machen Sie das kleine E, bilden die Kreuzung und durchstrahlen die Gebärde vom Herz aus, bis der lichterfüllte Raum über Ihnen und um Sie herum entsteht. Verstärken Sie das Erlebnis auf der Begegnungsebene, der Arm, der hinausgeht, der Arm, der hereinkommt, sodass die wärmeartige Qualität auf dieser Ebene entsteht. Und spüren Sie, wie Ihr Herz das Zentrum dieser Aktivität ist. Licht und Wärme. Verbinden Sie sich beim großen E ganz mit der Aktivität des Hinausgehens. Und beim Erfurt E ganz mit der Aktivität des Hinauspürens. Und beim Erfurt E ganz mit der Aktivität des Hinauspürens. Versuchen Sie in dieser Übung, also zuerst das große E und das kleine E in Ihren spezifischen Qualitäten für sich erlebbar zu machen und danach immer mehr sich selbst darin zu spüren und wahrzunehmen. Wenn Sie mit Hilfe dieser Übung beginnen, Ihre feinen Seiten von sich selbst immer mehr zu spüren, dann hilft Ihnen das auch im Alltag, sich selbst in Ihrem Zusammenwirken mit Ihrer Umgebung mehr zu spüren. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.